Hallo, bin ich auf Sendung? Bepiss dich du an! Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der... Der fette Biker! Jawoll, richtig. Ja, heute mit dabei der Matze und der Phil Collins. Moin! Ja, wir fahren heute einen leckeren Secret Trail. Laut Phil soll er sehr gefährlich sein. Nein! Heute machen wir auch mal was ganz Neues. Und zwar werde ich jetzt mal versuchen, pro Video nur einen Trail zu machen. Dann sind die Videos etwas kürzer, aber ich habe ein bisschen mehr Puffer, weil im Moment ist bei mir privat ein bisschen viel Action am Start. Ja, ich würde sagen, wir labern entlang rum. Abfahrt! So Leute, ab geht's in den gefährlichen Trail. So, nennen wir den jetzt einfach mal. Auf jeden Fall ein bisschen enger. Ich kenne den natürlich noch nicht. auf jeden Fall schön eng. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp! Stopp! Alter, was im Weg zu tun ist, Alter. Die stehe einfach in Ast, Junge. Aber den? Ich kenne den hier. Ich schmeiß den nach vorne. Hier, hier. Gelang? Was im Wies. Jo. ja schon eigentlich hier in der Bude sauber alle gesund? ja die sind natürlich schon heavy aber Wurzeln drin wer lacht hier? wir warten noch auf den gefährlichen Teufel ey war schon wild das stimmt alter wie steil bisschen viel gebremsen von mir aber ist halt auch wirklich sehr rutschig und saustall alter schwe ja man muss sagen Füller hat in der Tat nicht zu viel versprochen ich bin auch echt etwas ruhiger voll konzentriert aber wie gesagt ich kenne den Trail noch nicht da sind echt steine Dinger am Start alter schwe hier ich hatte mich auf null eingefahren ok den Teil müsst ihr eigentlich noch kennen das sind wir schon mal gefahren zumindest hier runter hier 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 ihr hier ich muss noch mal richtig steil ach da ist der steinsprung ich sehe nichts mehr hat so viel stop aufgewirbeln so meine damen herren das soll es gewesen sein für heute mit dem kleinen kurz video was sagt ihr zu dem gefährlichen trail von philf also ich habe jetzt ich warte jetzt gerade hier immer noch auf die gefährlichen stellen ich glaube ich schütze noch ein flugzeug ab oder so damit das gerechtfertigt werden muss man die angst machen oder irgendeiner fährt jetzt mit 220 hoch oder so ich warte noch so ein bisschen auf das gefährliche spaß er war schon sehr anspruchsvoll ich weiß nicht ob man das erkennen sieht da wirklich sehr sehr steil steinig wurzelig manche waren die grater waren so relativ schräg wo man da über die wurzeln raus musste lange rede kurzer sinn ich hoffe das format kurze videos gefällt euch ist vielleicht was so für zwischendurch ich werde mal drei vier videos so machen und mir das feedback von euch reinziehen und ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wenn es wieder heißt ja genau das